Hallo liebe Freunde und herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Dark Souls mit dem Kotlet Let's Play Dark Souls 2 Let's Play Zelda The Minish Cap Gar nix kann ich hier machen Ich bin eure Kotlet-Stanze Was'n das für'n wundervoller Hintern, der daneben an am Tresen steht Hallo Lin, komm lass uns auf das Fest gehen Sauber, genau so habe ich mir das vorgestellt Ja, dann werde ich jetzt hier einfach mal so ein bisschen links und rechts und rechts zu links und hack und slay Tja, liebe Freunde, es geht aufs Ende zu Wir sehen uns das nächste Mal Ich hoffe, ihr hattet so viel Spaß beim Zusehen wie ich beim Spielen Let's Play irgendwas Also, macht's gut, ich bin eure Kotlet-Stanze Und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder Bye